Ja und herzlich willkommen zurück zum Sgania Drug Driving Simulator The Game. Wir haben ja das letzte Mal das Semifinale und Halbfinale gemacht. Gekonnt, gemeistert würde ich jetzt sagen. Und heute geht es dann wohl ins Finale. Mal schauen, wie schwierig das sein wird. Das grosse Finale. Bewältige die letzte Herausforderung, um dein ultimatives Können zu bestätigen. Wäre das hier echt, würdet ihr ein Sieg Ruhm unter den LKW-Fahren überall auf der Welt bringen. Und einen niegenlagenden LKW als von Sgania gesponserten Preis. Okay, ziemlich nice. Natürlich bist du nicht der Einzige, der auf so einen heißen Begehrtenpreis aus ist. Und fahre rückwärts durch den Hindernis-Parcours. Ja, das ist klar. Jetzt schloss ich alle roten Zylinder um. Und am Schluss wieder der andere, okay. Okay. I'm ready. For takeoff. Ich glaube zwar nicht, dass ich das schaffen werde, ohne irgendwelche Tricks. Aber mal schauen. Das war ziemlich knapp. Muss ich ein bisschen mehr einlängen, sonst komme ich da an die Bande ran. Und jetzt heisst es eigentlich wieder diese Spur folgen, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Ja. Könnte was werden. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Und versuche die Aufgabe überhaupt fertig zu machen. Ich brauche echt die zwei, die zwei auf dem Linkrad. Ja, komm jetzt. Okay. Wollte schon sagen. Als ob das Teil jetzt nicht umfällt. Ähm. Ich würde jetzt zuerst den hier anfahren. Also die sind einfach mit der Schnauze. Siehste? Ist das schlau, was ich jetzt hier mache? Eigentlich nicht, ne. So bringe ich mich ein bisschen in eine prekäre Lage. Wenn ich das so anfahren möchte. Dann lieber so. Komm. Vollgas. Dann mit dieser Seite hier. Da oben rechts sieht man es. Stupser. Das ist gut. Ich werde jetzt wahrscheinlich disqualifiziert. Oder zweiter Platz. Also ja, zweiter Platz. Kommt darauf an, ob der andere besser wäre als ich. Und bloß einen wegschmeissen würde. Ne. Mit dem Reifen habe ich schon gemerkt. Ist das doof? Gefällt mir nicht. Jetzt einlenken. Na. Fuck. Ja, komm. Ist egal, wenn ich sie jetzt nicht auf 100% schaffe. 300 Punkte haben wir trotzdem. Für drei Stück. Von daher, alles gut. Aber was kommt jetzt nach dem Finale? No. Jetzt habe ich nicht gelesen, was man machen muss. Sorry. Bonus 1. Die folgende Bonusstrecke wird Schnelligkeit, Präzision und dein Handling testen. All die solltest du mittlerweile erlernt haben. Zeige es in Action. Ach du Scheisse. Übertreibt es halt völlig. Und dann da noch durch die engen Barrikaden und... Das wird ja lustig. Okay. Okay. Sorry. Das war jetzt doof. Ich muss da ganz kurz eine Taste aufs Lenkrad tun. Welche ist noch frei? Das ist immer die beste Frage, welche noch frei ist. Radansicht. Ich glaube, da war zwar was drauf, aber... Achso, das gibt es auch noch. Ne, das ist nicht das. Wäre eigentlich auch schlau. Radansicht. Drehbare Aussenansicht. Das ist das. Ne, Fensterkamera. So. Sorry. Los geht's. Ja, das war das. Gut. Gerade darauf zu fahren. Nicht zu schnell, haben wir gelernt. Kleinen Stupser geben. Ja, fuck off. Come on, please. Also. Das ist aber auch mies, dass sie einfach fast hängenbleiben. Der andere ist ja auch gleich da vorne. Hier ist auch der Winkel nicht so gut. Wäre noch spannend zu wissen, wie andere Leute das machen. Wie das Spiel hier spielen, oder wie sie nicht aussieht. Wäre eigentlich auch mal was zum Anschauen. Haben wir hier bloß das auf dieser Seite. Kann das sein, dass da bloß eins ist? Ja. Okay. Kommt da wieder der andere Spiegel zum Einsatz? Mal schauen, wie es da aussieht. Komm. Komm. Ernsthaft. Ja, komm on. Jetzt fall doch um. Ja. Okay. 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 Ist gut. Wir lassen das jetzt so stehen. Ich versuche ja eigentlich mein Bestes. Aber wenn es halt nicht funktionieren will, dann ist es halt so. No. Ja, verbremst. Sorry. Aber jetzt lebt es gerade ein bisschen. Ich glaube, die Physik ist irgendwie auch nicht unbedingt so gut. Auch den haben wir nicht geschafft. Danke dafür. Den würde ich wahrscheinlich auch nicht schaffen. Doch, das sieht gut aus. Wenigstens zwei von eigentlich fünf. Und jetzt da noch durch. Durch diesen engen Pass. Was auch wieder ziemlich schwierig sein wird. Weil ich da mega schräg stehe. Und so wird das nichts. Ich glaube, das ist das, glaube ich, Kegel. So, vielleicht schon eher. Bisschen nach rechts. Wie ist es da drüben aus? Könnte doof werden. Warten wir auf, Lieger. Okay. 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 mit dem Heck vielleicht sind wir auch ganz knapp am Rand wo ist das Fass? da ist das Fass ok ok manchmal ist es ein bisschen eine komische Perspektive das wird nichts von dem Auflieger weil der hier so ausschwingt wir müssen ihn irgendwie vorher schon gerade ja komm das ist jetzt nicht überfahren also ernsthaft ich bin gar nicht dran gekommen nein Mann, ey. Na ja, na ja, wie viele Aufgaben gibt es noch, noch 3 Bonus-Level, ok dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Scania Drug Driving Simulator The Game, bis dann zum nächsten Mal wieder und gute Fahrt, Tschüss!